Ich könnte mal gucken, ob ich den Schrein bauen kann. Da. Wenn wir 360 Steine, 160 Holz und 25 Zwirn zu viel haben, dann kann ich den Schrein bauen. Zwirn haben wir keinen mehr. Aber der ist ja relativ schnell geholt. Ja, ich gehe nochmal los und hole ein paar Fasern. Ich suche mal die Palmen. Ich glaube, Eisen können wir so langsam als ich ja auch wieder brauchen. Ah, wahrscheinlich. Ich suche mal nach allem wieder. Einmal Döner mit alles. Ähm... 160 waren das, glaube ich, ne? Ah, das kommt relativ nah an 160 ran. Wie viel Zwirn willst du? Sekunde. 25 insgesamt. Sechs haben wir. Also 19. Bekommen wir hin. Gut. So. ich habe noch zwei zwirn gefunden sehr gut ich fahre noch aber uns gehen die palmen aus wünsche ein bisschen weiter umgelaufen jetzt oder ist eisen willkommen zum schleich simulator 2017 hier schleichen wir durch die gegend und sammeln schleichenderweise sachen ein nicht mehr viel zwirn und wir haben es das ist das ist Vielen Dank. So, der Schrein ist in Arbeit. Wunderbar. Das ging aber schnell jetzt. Ja, ich bin auch losgezogen, hab Sven gesammelt. Okay. Ich bin schon wieder overencumbered. Da bin ich gerade raus. Ich hab schon wieder viel zu viel Eisen dabei. Tutim. Aber ich kann's einfach nicht lassen. Tja. Das ist so schön, das Eisen. Halleluja ist der groß. Wo möchtest du den denn hinhaben? In den Tempelbezirk. Also oben. Quasi. Bau ihn hin, wo du willst. Wir können ja, wir können ja immer wieder, wir können das ja immer wieder neu bauen zu Not. Später. Wir brauchen eh Fundamente dafür, glaube ich. Ja. Ja. Da musst du vielleicht Fundamente brauchen. Nein, brauchen wir gar nicht. Das geht auch so. Aber nicht? Okay. Ich kann den hier einfach so hinsetzen. Wenn ich mich gescheit drehe, dann steht er auch nicht im Weg. Ich laufe mal wieder zurück. Mach das. Ich warte hier schon sehnsüchtig auf dich. Yay. Yay. Ich muss jetzt erstmal nach Hause finden. Ich weiß im Moment nicht mal, wo ich bin. Nein. Komm ja, helle zurück. Wir haben einen Schrein und der steht auch nicht im Weg. Ist das nicht cool? Wunderbar. Ich muss nur noch heimfinden. Ich glaube, ich laufe richtig. Ich bin echt weit herumgekommen gerade. Da waren sogar Elefanten und Rhinos. Es gibt Elefanten in diesem Spiel. Ja, und Rhinocerosse. Wow. Ich brauche dieses Mitra-Kreuz, ne? Ja, genau. Alles klar. Und damit klopst du dann auf Menschenleichen ein. Also es ist wie mit einer Spitzhacke dann quasi. Okay. Und daraus kannst du dann Ambrosia herstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich das als alter Jockel-Lehrling auch nehmen kann. Muss ich mal testen, ob ich Ambrosia nehmen kann. Wenn wir uns herausfinden. Ja, wir werden jetzt gleich Menschenjagd machen, ne? Ja. Eigentlich darf ich mich als Engelchen ja gar nicht so darüber freuen, dass wir Menschenjagen gehen. Also ich freue mich drauf. Ja, du bist ja auch ein alter Kannibale. Du darfst das ja. Kann ich den eigentlich nutzen? Ich habe keine Ahnung. Und sie sieht mich jetzt gerne mal. Nö. Ich kann ihn nicht nutzen. Den kannst du nicht nutzen. Ja, warte mal ab, bis ich meinen Jockelstein gebaut habe. Bist du fertig? Ich bekehre dich. Komm zur hellen Seite der Wacht. Komm schon. Herr auf damit. Komm schon. Herr auf, das Bett zu schlagen jetzt. Das arme Bett. Ich schlage dich nicht das Bett. Ja, ja. Das kann voll gegen das Bett gekloppt. Ich habe es genau gesehen. Ja, wenn du da drauf stehst, kann ich nicht für. Siehst du schon wieder, hast du gegen das Bett gehauen. Beides ist kaputt. So wegen dir. So, 364 Eisensteine werden verarbeitet. Sehr gut. Da haben wir dir nichts genug. Hör jetzt auf. Ich mache nichts. Ich wollte an die Kiste. Meine Güte. Ja. Weißt du, was das sagen sie alle? Und dann was? Und weißt du, was dann passiert? Was? Dann werden sie schwanger. Dann werden sie schwanger. Glaub ich nicht. Doch. Ah, ah. Doch. Nee, das wäre mir neu. Wie sieht es denn mit unserer Schleimbrühe aus? Gute Frage. Und wo hast du den Knüppel hingeschmissen? Den habe ich dir doch, wie gesagt, in die Rüstungsbank gepackt. Ach, in die Rüstungsbank. Da ist er. Okay. Warteschmerzen habe ich. Wir haben 70 Schleimsuppe. Nimm mit. Das reicht. Fürs Erste vielleicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müssen wir testen. Alles klar. Wie viel Essen hast du, da sind noch 33 Steak drinnen. Nehme ich mir ein paar mit. Ich habe nur noch drei. Ich habe 15. Jetzt habe ich 20. Das reicht. Okay, los geht's. Let's go. Hey, ho let's go. Welcome to the Schoko Show. Oder so. Ja, wo gehen wir denn hin? Gute Frage. Ich glaube, wenn wir hier drüber klettern, da müsste in der Nähe ein Lager sein. Ich weiß nicht, was es da gibt, aber es geht jetzt einfach eh nur mal darum, dass wir testen, ob es überhaupt funktioniert. Und wie die Daten sind. Weil da habe ich nämlich noch gar nichts eingestellt. Das heißt, das müsste noch Vanilla sein. Und dementsprechend zu lange dauern. Also ich glaube, wenn wir hier lang gehen, ich hoffe, wir laufen nicht in ein zu großes Lager rein. Wird schon schief gehen. Ja, zur Not sterben wir halt. Ja. Noch wird das Inventar nicht abgelegt. Noch. So. Warte mal, ich glaube, wenn wir hier lang laufen, müssten wir auch... Ich habe gerade ein Level abbekommen. Das geht jetzt jetzt noch. GG. Es ist auf jeden Fall gut warm hier. Nicht, dass du wieder einen Hitzschlag bekommst, mein Lieber. Nein, ich so nicht. Nein. Du bist ja schon zweimal fast dran gestorben. Ich bin schon dran gestorben. Ja, das zweite Mal fast. Ja. Ich glaube, hier darf... Da oben sehe ich... Ah ja, das sind Leute, die sich gerade mit irgendwas gebettelt haben. Eine Spinne könnte das gewesen sein. Die holen wir uns. Ja, das ist eine Spinne. Sie betteln sich noch mit einer Spinne. Achtung, da vorne sind drei Hyänen. Ja, die tun uns nichts mehr. Wir haben einen Superschwerter. Mh, das ist richtig. Der Hitzschlag ist gerade gefährlicher. Wenn ich von was jetzt sterbe, dann durch einen Hitzschlag. Du stirbst bitte gar nicht. Ich hatte gerade kurz mal einen, aber dann habe ich was getrunken. Willst du die nicht mitnehmen? Ach, da lehnen ja auch noch welche. Ja, ich habe schon mal ein bisschen vorgefarmt. Ich bin ja so fleißig, wie du weißt. Vorsicht, da oben ist eine Spinne. Oh, das ist ein Koch. Den will ich. Der Koch liegt schon mal. Die Spinne auch. Die ist schön gesprungen, die Spinne. So, warte mal. Ich stelle mal das Rad. Sofällig, dass ich hier irgendwo hinstellen kann überhaupt. Ich habe da was an der Leine. Das ist gut. Ich kann das hier gar nirgends stellen. Brauchst du vielleicht. Hast du? Das Rad steht. Da kommen sie mal mit. Schmeiß rein das Ding. Da kannst du nicht splinden. Ich habe es gemerkt. Irgendwas greift uns an. Dann halt mir das mal vom Leib. Ja, ich versuch's. Oh, guck. Es sieht herrlich aus. Es sieht herrlich aus. Oh, fuck. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade Schaden bekomme. Ja, ich bekomme gerade auch. Ich habe keinen Hitzschlag. So, jetzt schmeißt du da die Dings rein. Habe ich. Gut. Äh, nee, hast du nicht. Doch, der Koch ist drin. Die Suppe. Ach, die Suppe. Muss noch rein. Aha. Genau. Jetzt rüttelt der so vor sich in der Koch. Aber ich weiß nicht, wie eine Stunde 33. Ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Keine Ahnung. Wir können ja währenddessen nochmal in dieses Lager reingehen. Ja, können wir machen. Der wird schon nicht angegriffen. Von was denn auch? Ist doch alles tot da. Da ist noch ein schönes Lager. Da gibt es vielleicht noch ein paar... Oh, die Kluft, der Verwüster. Da gibt es vielleicht eine Truhe oder so. Schauen wir mal. Was haben wir denn da noch? Ein Kämpfer, ein Kämpfer. Hallo, hallo, hallo. Nichts Besonderes. Also einfach knüppeln und toten. Wegklopfen. Wunderbar. Und schön looten. Erst looten, bevor du sie wegklopfst. Können tolle Sachen dabei haben. Wie Pflanzenfasern und so. Sind alle nieder. Ich habe alle gelootet. Ich bekomme gerade Schaden und ich weiß nicht warum. Hitzeschlag? Ja, so ein bisschen, aber nicht wirklich. Trinken. Oh, ich habe jetzt kein Wasser mehr. Alles leer gesoffen. Zur Not noch was. Zur Not habe ich noch was. Okay, das war eh das Lager. Also Ofi sagt gerade, das wird nicht reichen, was wir an Schleimsuppe haben. Hm. Das heißt, die müssen noch mal zurück, aber das macht ja nichts. Dann gehe ich mal zurück und hole noch Schleimsuppe. Ja, warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz, wo bist du denn? Komm mal her. Äh, ich droppe dir mal ein paar Pflanzenfasern. Alles klar, dann gehe ich jetzt zurück und Sachen holen. Wenn ich bis dahin nicht draufgegangen bin. Vielleicht kann auch mitkommen. Wir können uns ja eine Markierung bauen. Äh, nicht bauen, sondern hierhin stellen. Also du gehst da auf die Map und machst einen Rechtsklick und dann kannst du da eine Markierung hinhauen. Wenn er so, so kronen will. Ähm. Also ich glaube, ich muss jetzt dann demnächst Schluss machen. Nicht mit dir, sondern mit Conan. Hm, ich auch. Für heute. Ich muss früh ins Bett, ich habe morgen Uni. Hm. Hm. Ja, also die Sklaven bekommen wir heute nicht mehr, aber ich werde das dann anpassen von den Raten, damit der vielleicht noch ein bisschen schneller geht. Ich weiß nicht, ob das dann zurückgesetzt wird. Das müssten wir dann einfach im nächsten Stream testen. Ja, wir werden es sehen und überleben. Ja, irgendwie. Irgendwie immer. Ich habe nur die Befürchtung, ich werde den Weg nach Hause nicht überleben. Ehrlich? Wieso? Es geht es dir so schlecht. Der Hitzschlag. Ach so, warte, wo bist du denn? Auf dem Weg. Wo denn? Irgendwo im Nirgendwo. Komm zu mir, dann droppe ich dir meinen Wasserschlauch. Bis ich dich gefunden habe, bin ich tot. Ja, ich bin jetzt schon fast bei der Basis. Ja. Ich quasi auch. Ach so. Ja, wenn du es bis zur Basis überlebst. Bye, wann hätte ich gekannt sein? Tudum. War schön mit dir. War direkt um die Ecke quasi. Oh. Hey, jetzt bist du auch mal gestorben. Yay. Wie fühlt es dich an? Das ist jetzt das zweite Mal. Ich bin ja schon mal gestorben, glaube ich. Ja, ich bin schon mal gestorben. Wie, du bist schon mal gestorben? Conan? Ja. Ganz am Anfang. Wann? Ehrlich? Ja. Ach stimmt. Da wurden wir von den Spinnen gekillt. Stimmt. Ja. Stimmt, stimmt. Schrecklich. Schrecklich ist das. Ich bin mal gestorben. Das ist ja unmenschlich. Ich habe einen Fuß. Oder ist das ein Arm? Keine Ahnung. Ist das Menschenfleisch? Ist das Arm? Menschenfleisch ist super. Nee, danke. Lass mal stecken. Hey. Ich bin mal etwas Schmerz.